Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Der hat mir Half-Life gemacht. Nächste Folge ist von Hexed. Und zwar in der letzten Folge ging ein bisschen kürzer, weil meine Tochter nicht schlafen konnte und dann aus ihr Zimmer gekommen ist. Und dann wollte ich ein bisschen für sie da sein, weil sie ein bisschen erkältet war, ein bisschen krank. Und jetzt kann ich wieder eine längere Folge machen. Ich habe in der ersten Folge gesehen, jetzt in den Kommentaren, dass jemand reingeschrieben hat, er sagt 15 Minuten soll die Folge gehen und die geht 8 Minuten. Ja Digga, sorry. Erstmal dafür. In der Regel sollen die 15 Minuten normalerweise gehen, die Folgen, aber es kann sein, weil ich die halt ein bisschen mehr schneide, um das komplett langweilige alles raus zu cutten. Kann auch mal sein, dass das halt ein bisschen früher endet dann. Wir haben eigentlich schon einen guten Stuff. Perfekt. Auf der anderen Seite ist das. Goblin! Machen die viel Damage? Ich nehme mal so eine Ender-Pferde vorsichtshalber. Oh mein Gott, was ist das denn? Digga, ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Der hat mir Half-Life gemacht. Ich habe jetzt schon 10 Minuten meiner Aufnahme vorbei und es ist bis jetzt noch gar nichts cooles passiert. Außer der Leck hier. Ganz stark, jetzt habe ich einen Ziehhelm schonmal. Ja, 1, 2, 3, 4. Und hier kommt weg. Oh. Ich bin auch. Weg. Weg. Wir sind noch nicht gewaffnet dafür. Wir werden die Dungeon auf jeden Fall machen. Das verspreche ich. Wir machen das. Für so'n Schmutz, Alter. Das könnte mein Tod sein. Oh mein Gott. Die vorletzte und die oberste Reihe kann man nicht looten, weil wenn man die vorletzte Kiste öffnet, dann kommt der dicke, fette Golem und bombt alles weg und die Explosion würde mich one-hitten.